so passwort abfrage war ja auch noch so und da bin ich doch wieder in alter frische halb am verhungert sein das hat mich ehrlich gesagt auch schon gewundert das ist scheiße da bräuchte das war eigentlich in der welt richtig gut ich habe mir mal hier diesen einen topf jetzt geklaut so es wird gerade dunkel wie schön ich bin ein bisschen kacke mal gucken wie das mit der düngerei überhaupt sich hier machen lässt da geht fertig fertigieren sozusagen zack geht's ich hab's wieder gebaut was hast du gebaut da müssen wir doch wieder sind Eben schon, Umbrella ganz noch, die Beuner Da gab es doch diese Struktur Dieses ähm Scrap-A-Touch Cuppel-Stones, das waren Cuppel-Streme Naja, ich meine, da gab es da so eine Unterzelt, Unterholz, sag ich mal, was ich halt reinmachen konnte Also im Sommer dieser Schattenspender Achso, ja, C.S. der Leon Wer ist das? Oder C.S. allein oder ob und sowas Wo ist das jetzt wieder, ja? Bei Sorbayern Bei Sorbayern Ombrella habe ich Was haben wir denn? Ich bin jetzt oben, mach jetzt meine Note vorrechnen Siesta, Lini 2 Achso, wir brauchen einen Spinnenbeben noch dazu, alles klar Was? Totalfest Was ist das? Also müssen wir da auch noch spinnen, na gut. Ja, ich hätte es sogar noch schafft, wenn du sagst. Bink reinzugehen. Ja. Wenn du gerade schwingen darfst, dann sind alle abgeschüttelt. So sehr passend. Du weißt, wie war das? Mehr als dreimal schütteln, das Spielen oder so. Selbstbefriedigung. Ja. Ja, es ist halt trotzdem zu zweit ein bisschen ruhig. Aber wie gesagt, wenn wir das Passwort jetzt zurücksetzen, dazu musste erst einmal beendet und neu gestartet werden. Und da habe ich jetzt gar nicht. Okay. Bei mir ist das jetzt nicht unbedingt langweilig. Wenn wir einfach gerne so weiterzucken, ich will mich erst einmal nicht stören. Erst einmal beendet. Oh ja. Oh ja. Okay. Mal gucken, was Neues zu sehen gibt. Ich meine, guten Sommer hat man jetzt überstanden. Ja, der ging eigentlich immer nicht allzu warm. Jetzt wird es ja wieder Frühling mit Regenschirm und Regen. Wir können uns sicher nicht aus Schweine halten. Eigentlich auch noch ein Ding zu basteln. Ja. Das ist am besten. Ich habe da noch acht. Die habe ich ja schon in die Kiste gepackt. Ich bin woher. Ich glaube, ne bisschen hier. Das glaube ich aber auch nicht. Da. Da sind sie. Ja. 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 Da ist doch ein Schirm oder? So. Mmmh mmmh mmmh. Umbrella. Ach scheiße, da fehlt mir noch Spinnenseite. Du hast doch irgendwo mal Spinnen gesehen hier. Ja, was wir müssen. Beziehungsweise in der rechten oberen Kiste ist immer wieder Spinnenseite. Wann nehmen? Wenn da ich bin, hast du schon einen Sperr gebaut, oder? Hab ich, ja. Durf den mal weg und nimm den, ja. Der ist Störung. Der ist so Stoff wie eine Pentate. Hier ist auch noch drinnen, sehe ich gerade, dasselbe Sperr. Warte mal, ich muss was mal wieder hier haben. Spinnenfalten wird ja auch wieder so eine Sache lernen. Aber solls, irgendwann muss ich auch mal lernen, wie man mit dem Ding umgeht. Ah ja, ich hab sie gefunden. Dann hab sie auch gleich alle. Oh, 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 oh. Diese scheiß Wächter. Kann ich helfen? Ja, das wär nicht schlecht, die machen wir sonst. Es sind zu viele, ja. Es sind zu viele, ja. Mich erinnert dann, das war's. Ich bin schon leid tot hier. Fuck, ne. Es sind einfach zu viele gewesen. Ich krieg die echt nicht platt, die Viecher. Ich will meinen Helm zerlegt. Hm, bei mir sieht's auch nicht so gut aus. Weil dann kommen wir lieber zurück, sonst würde das nicht, ja. Scheiße, ich erfriere auch schon wieder hier. Wo ist mein Stein? Mein Stein scheint's auch erwischt zu haben. Ah, Alter. Da hab ich natürlich voll liegen lassen, mich Arschler. Ja. So, ich bin übrigens fast am, am abdrehen, ja. Oh, das ist so schief. Die Viecher waren echt ordentlich hier gerade. Ähm. Ähm. Ich bin größer. 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 Quatsch. Das war doch hier eigentlich. Mit dabei. Ähm. Der. 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 Der hat ja nicht. So, über die Hämchen. Zack. Können wir da wieder Aktion auf Pfeile machen? Wenn wir wieder Pfeilen auf? Dann fangen wir spinnen mit der Pfeile. Das wird wahrscheinlich das beste sein. Da macht er sich die wenigste Arbeit mit. Ich muss aber erstmal hier ein bisschen, ich habe zu wenig Gras, merke ich gerade. Die Holzkohle geht auch schon da wirklich nicht. Habe ich nicht da hinten gerade ein fettes Feuerchen gemacht? Da sind bitte ich bin da auch jetzt reingetragen. Da lag eine Wäsche drin, ja. Jetzt redet hier so eine Übungskampffigur oder sowas. Ich muss sie ja eine Weile gebrückt lassen. Dann schlägt der nämlich nicht richtig zu, oder? So, wie es so läuft, ist das schwierig, ja. Es werden das Laufen, das Treffen ist irgendwie noch nicht ganz so meine. Da bin ich echt nicht für. Schwierig. Scheiße, ich bin ja schon fast wahnsinnig. Wie sieht es denn nur aus mit Essen hier? Scheiße. Ich schau mal ein bisschen Gras da rein. Ja, das ist natürlich ein Problem mit dem Beetle, so ist das die da. Scheiße, ich muss unbedingt mal hier ein paar Dinge sammeln, ein paar grüne Pilze lassen. Du dich jetzt ja ganz sich drum kümmern, okay. Ansonsten muss ich halt aufstehen, der ist auch nicht so schlimm, aber... Klar, mach mal schön. Wo bin ich denn hier bei? Achso, ich kriege keine Anzeige, wenn ich mit der Maus draufgehe. Ah, das ist eine Minikarte hier. Kann ich da sonst noch irgendwas mitmachen? Oh. Ich bin leider aus meinem Zelt gefallen. Na ja, was soll's. Nein! Warum denn? Was? Wie sollst du die Pinguine angegriffen? Ich hab die nicht einmal nicht angegriffen, die sind einfach auf den Schloss gestoppt. Er steuert. Du, ein Mist. Du hast, glaub ich, aber ich meine, an sich nach zugeschlagen gehabt. Echt? Boah. Ich kann nochmal auf meinem String gucken. Zumindest sah das so, sah das so von Weitem aus hier. Verklickt dann. Was? Muss ich mich verklickt haben. So, ja. Warte. Der ist gerade. Ich nicht. Da ist nicht viel Chancen. Äh, dafür werde ich jetzt angegriffen. Die drehen gerade völlig ab, die Viecher. Also, da scheint es wirklich ein Problem zu geben hier. Ich werde angegriffen. Ey, Alter, was ist hier los? Nichts gemacht. Du kannst sprüchen, ich wurde auch gerade angegriffen. Bei den Pinguinen. Wenigstens das. Keine Ahnung, warum. Keine Ahnung, was die Idioten haben hier. Der dreht schon wieder der nächste ab, ja. Oder haben die es mit den Böden Eiern jetzt hier. Ganz toll, ja. So, ich wollte jetzt eigentlich auch nochmal zu den Bifalos rüberrennen. Zu meinem gekokelten Wald, nämlich. Hallo. Na also, hier ist doch was. Aber ich habe sie nicht umgehört, Rui. Ich bin ganz schnell weggerannt. Ich habe einen Treffer kassiert, halt. Wo sie mich wegballern konnten, habe ich ja die Füße in die Hand genommen, sozusagen. Ah, jetzt sind sie auch komplett weg. Und dann geht es zu Ende. Das war wohl die Verabschiedung, oder was? Service. Ganz toll, ja. Da wirst du noch attackiert von diesen Mistviechern. Stimmt, die sind weg. Die waren eben gerade noch hier. Ja. Ich habe ja mal so eine Leiche abgebaut. Hm, sehr hilfreich. Ja, die verschandelt immer zu sehr, die gehe ich nicht. Da sollten wir also noch schnell Eis abbauen gehen, oder? Wie sehe ich es? Frühling ist auch immer ein bisschen was vorhanden. Da sind wir gleich weg. Ach so. Die Gletscher werden dann durchs Klima. Ja, was man hat, das hat man, oder? Ja, das war ja meine Frage, Franz, ob du das da lassen möchtest, oder nicht. Ich bin mir immer selber noch nicht so richtig, wegen Ordnung im Klaren. Das wird schon automatisch unordentlich, ja? Vielleicht kommt der Baxter doch mal wieder irgendwann mit reinladen. Dann räumt der wieder auf, oder? Dass meine Axt da noch kaputt gegangen ist, glaube ich, oder ich? Hm. Katschi. Das ist halt schade, dass hier keine Bifalos wieder zurückkommen, oder? So, irgendwie. Ja, und Posen, glaube ich, noch irgendwo. Ja, ja, weil der die einfriert, deswegen überlebt er das immer nicht. Wobei, sie haben ihn schon ausreichend geschädigt gehabt, denke ich mal so. Ja, also ich war auch überrascht, dass er mit dem Ähnlichen Bingo am Schuss dann durchbohren. Oh, der hat schon vorher mit irgendwelchen, äh, ich weiß ja nicht, die Pinguine bei ihm reißen. Ah, der Baum ist schon mal ein Baum, Schläge losgelassen hat, okay, noch alles. Es sah so aus, hätte ich gesagt. Aber ich hab's halt auch nicht gesehen. Ich war auch mal am, am rotieren. Das habe ich endlich auch mal gesehen. Ich hab's nicht immer nur gehört oder mir bei einem später mal bei YouTube angeschaut. Das liegt in der Kiste, das habe ich ja eng gesammelt, ja. Ich bin schon wieder am afrieren, weil mein Stein fast alles mit der Wärmeabgabe. Hm, wirst du sagen, was bei mir geht's auch ein paar Lösungen. Scheißen, Dreck hier. Der röft in jeden Fall zu langsam, finde ich. FASTER! Das wird's doch gleich dunkel, weil wir Glück gehabt. Du hast jetzt das hingeschmissen, hier oben rein, nehme ich schon mal stark an. Also ganz vorbei ist der Winter noch nicht, ja. So hungrig. Kann ich denn hier irgendwas essen? Ah, lass mal richtig im Stuhl hinsetzen. Mh, wir haben ja ein paar Möhrsche. Die waren ja nix für dich, ja. Die Möhren, wenn ich mich dunkel entsinne. Böen. Na ja, gut. Kochen. Kochen, kochen, kochen. Kochen. Böen. Böen. Ähm, ja. Bin schon wieder fast am durchdrehen, ja. Ja. EAT. EAT. Das ist der Rüst-Ansicht. Ist das hier. Da dreht er's bloß. Scheiß-Spinnen hier. Aber stimmt, ja, die Bäume werden auch grün, sehe ich gerade, ja. Ah ja, erkunden wir mal ein bisschen die Äschen. Der Typ, bei dem ich immer Don't Starve gucke, ist jetzt auch gerade bei Twitch Online gegangen. Okay. Aber der wird sein eigenes Ding jetzt wieder machen, denke ich mir. Ja, klar. Also der spielt immer ein paar Stunden, also der spielt immer ein paar Stunden, kannst du mal kurz reingucken, einfach nur mal den seine Basis, was der hingestellt hat, da fällt ein Ei aus der Rüse, versprochen. Oh, na gut, wenn der da aber, wie gesagt, ohne, ohne, sag ich mal, also mit Passwort, so wie wir, machen. Nee, der spielt ja als Simil-Deer, um ihn noch Giants. Achso, okay. Der ist mittlerweile bei 850, eine Tausende und Fuß, nämlich. Oh, jetzt wird's jetzt der Winterfest sein, das ist gerade alles hergegangen, ja. Egal, ich zünde hier trotzdem alles an, eben, weil ich's kann, deswegen. So, und jetzt sind wir schon wieder zu warm. So. 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 bin ich müde ja so in der drehe da klingelt mein wecker zumindest aufstehen tue ich da noch nicht so musste an tage arbeiten oder wie ist das da bei euch deswegen ist es da meistens ungünstig wobei ich weiß es halt nicht wie es jetzt diesen mittwoch könnte ich mir vorstellen wird ich habe glück also weil es war angekündigt dass ich eventuell mit dabei sein darf wenn hier irgendwelche lagen sind aber man hat es naja man hat dann doch gesagt das ist nicht erforderlich ich bin nicht sehr traurig dass ich mein herrn tag nicht irgendwo rumhocken darf ja richtig donnerstag ist frei freitag muss ich eigentlich so wieder arbeiten ja das aber das ist ganz praktisch weil da kann ich mich um ein paar dinger kümmern die sonst eher nicht so sag ich mal gangbar sind die kälte geht mir auf den piss da kann man hingehen das ist immer noch ab Winter immer noch na gut das fälfte noch ziemlich kalt ja ich muss ein wenig maße essen hier ist ich drehe übrigens gerade vier historischen wert angegriffen ist doch geil oder es ist ja es gibt die oh ist das heuer an? ja nicht mehr lange hier ich habe gerade keine zeit mich drum zu kümmern ist das Problem ich wollte mir jetzt auch keine Fackel fahren ich fackel ich habe ja irgendwo gerade ein Vieh umgelegt ich muss unbedingt was essen und eigentlich ans Zeit gehen ich bin nämlich am am Ende sozusagen oh er dreht gerade auch nicht durch jetzt gab es ein bisschen ein bisschen Heilung zurück sage ich mal also ja die Sanity oder Sanity das ist ja kacke was? Weichklöse warum? eigentlich keine Weichklöse wären ja wenn du es nicht magst ich esse mal ins bin ich schon da schwer am hauen also mir kann manchmal keiner erzählen dass das mit dem Controller wirklich immer besser ist gerade hier wo man so viele Funktionen hat du kannst doch einfach ins Leere schlagen oder wie? ja kannst du es nicht das ist jetzt die Attacke es ist ja die X-Taste kann ich nicht das ging aber früher eigentlich auch schon also diese ich würde sagen nur Attacke Taste hier ne die wollte ich mir eigentlich auf die Maus packen aber da das war mir irgendwie zu anstrengend mit dem ganzen Maustasten gedrückt da naa ein bisschen Eis lass ich doch mal hier unten mit drunter in den Kühlschrank mhm weil das kann man auch als Kühlschrank benutzen die Bärme halt herrlich ich glaube ich muss gleich mal ein paar Pumchen pflücken gehen habe ich ja spontan entschieden ich weiß nicht ob hier noch eine Dark Fool rumfliegt oder so oh ich oh ich sieht doch nicht so aus ich hau halte an wenn meine Blumen herrschweß ich brauch' dir doch paar Schmetterlinge oder sowas ne zum Da fängt es an zu regnen, ich hasse es. Ist da schon Regen gebrüllt? Nein. Würde ich das machen? Ja, das wäre nicht schlecht. Ich wollte mir eigentlich gerade ein paar Blumen zusammensuchen, aber nicht wegen Regen, sondern um mir mal ein schönes Blümchenküttchen zu basteln. So Schweine haben wir noch gar nicht, oder? Doch, aber die habe ich alle bei mir ermahnen müssen. Da muss ich dir auch selber im Regen schauen wollen. Nehmen wir meinen Geoclux gut. Das hatte ich ja eigentlich vor, aber naja. Das ist wieder eine Ewe, oder? Ja, oder? Inspekt. Ja, oder? Ist diese Pflanze gewappt, oder wie? Nö, ich dachte wieder so eine böse, äh, ja. Ja, sag's gleich, da gibt es noch diese Evil, ja... Diese Eipplans, oder was? Ja, diese Eipplans, oder was? Genau, Evil Flower. Ich kann noch gerade nicht drauf. Ähm... Wo ist dieser... War der bei Survivor der Hut eigentlich? Ich kann mir den nicht basteln, oder was? Oder war der unten bei Hut? Da! Da fehlt mir eine ganze Menge. Zwölf Blumen brauche ich für den Blumenhut. Ich geh nämlich wieder unter die Hippies. Elf. Und da ist er auch Nummer 12. Geil. Und da ist er auch Nummer 12. überlegung. Also eine Pinguin war schon ein bisschen komisch, wenn er mich warst. Hat mich auch sehr verwortet. Ja, also ich hatte gerade gesehen, dass es immer noch eine, ach du Scheiße, Gewitter, immer noch ein, äh, Beta, ja. Haben wir schon Glitzableiter? Es wird's kalt, okay. Glitzableiter haben wir schon gefeuert. Scheiße, ich hab Bier schon wieder. So, wo ist denn die Spinnenweberei hier? Da. Man hat sie schon. So, hm, 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 hm. Ja, wo war die? Bye, 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 bye. So, weil, ähm, ja, irgendwie so. Ja, stimmt. Da. Der Fishing-Rot nicht. Hallo? Ist, ja, da sind es zu. Und Rella könnte ich mir bauen, da fehlt mir ein Dingens. Ja, Scheiße. Nee, das war irgendwo anders. Ich bin ja schon wieder gestorben, herrlich. Hallo? Ist ja witzig. Passiert. Hast du nur noch so eine Lebensenergie? Ja, das könnte sein. Ja, das könnte sein. Ich hab da nicht grad auf geachtet. Wenn ich Y drücke, random, sollte ich da eigentlich mal her... Ah, ja, jetzt, jetzt hab ich endlich random was bekommen, ja. Ah, ich könnte kotzen, Alter. Wer bist du jetzt? Ah, ich bin Feuerlegerin. Ja, jetzt bin ich Feuerlegerin, ja. Oh, nicht das verkehrte ist, denn. Oh, nicht das verkehrte ist, denn. Sollts wird noch dunkel, oder is? Sollts wird mir noch kalt hier, aber ihr wisst doch irgendwo, dass böse Lara war bei hier irgendwo, oder? Hab ich. Ja, das ist natürlich jetzt richtig, äh, scheiße hier. Ich muss jetzt mal das Lager finden. Ohne zu erfrieren, wohlgemerkt. Da sind sich da ganz wieder voll dabei. Ja, ja, werde ich haben. Hier ist ein Riesenwald. Oh, harrisch. Scheiße, wo bin ich denn? Ja, ja. Und hier, dir, keine Angst vor Feuer, oder? Wie war das? Ja, tatsächlich, bei der ist ein bisschen WM dort. Die, äh, 50% Feuer-Systems. Und, äh, kann ja auch Feuerzeug bauen. Kannst du mal gucken, was das überhaupt braucht? Ich bin gerade im Riesenwald hier übrigens. Wer hat eigentlich so doofen Spinnen angegriffen? Ja, meine Kopf ist komplett dicht, also. Boah, Haufen Spinnen, ja. Haufen Spinnen. Da weg ist schon wieder wegen der Kälte. Hm, 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 hm. Wollen wir überlegen jetzt mal von unserer Farm-Area spoten. Hm. Tja, jetzt habe ich ein Problem, jetzt muss ich nämlich unbedingt erstmal mehr in den Regenschirm basteln sonst. Ja, 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 ja. es ist echt guter Kalt, ey, das gibt's doch nicht. Wie schnell wird denn der Tante Kalt, bitte schön. es reicht schon wieder ja es ist zu kurz immer einen zuschauer ist ich bin ich wieder fast anfangen wollen und verrecken das soll es sein ja natürlich öfters mal was neues wie braun wir denn jetzt wieder für den fucking regenschirm da fehlt noch eine ganze menge ich habe mir das walrus lager gefunden ich weiß noch nicht wo ich bin das ist das problem es ist einfach zu finden sein irgendjemand hat da gerade großzügig wald angezündet so blumen jawohl noch eine ich bin übrigens der tot scheiße gar nicht mitgekriegt so ohne weiteres natürlich das war es schon wieder und ich drücke y einfach mal hier aber gucken wen ich kriege wen kriege ich natürlich wieder die in hand ja jetzt gibt es irgendwo ein vorgezeug rum ja ja irgendwo liegt jetzt eins rum ein glück und es regnet gerade nicht wo stimmt da kann ich ja mal was ist denn ich nicht da das stimmt hier glaube ich gut nicht so sind wir kaputt fahren ja auch so ja das ist ein präschen wer fängt sobald wieder an zu regnen oder pick das ding hier ist das hier aus der rittenbereich sieht fast so aus hast du jetzt noch spin-seite übrig gelassen oder alle äh ich habe nichts gebaut die müsste eigentlich bei meiner leiche irgendwo liegen ja ok die lag glaube ich im lager oder keine ahnung gleich überliegt eine kugelfeile zu bauen wir brauchen noch einen vorgekleben ich würde wenn du eine leiche findest dann so wie flinkt hake das brauchen wir erstmal Papier ich glaube ich habe noch gar keine Summe gefunden äh irgendwo war welche aber mhm mhm aha so so kann ich mir denn schon ein Licht anmachen ja kann ich wobei der braucht hier nicht zwangsläufig aber wobei der braucht hier nicht zwangsläufig aber ach so da müsstest du wirklich nach Südwesten gehen wenn ich mich täusche ach ich bin am steinpfad da war da irgendwas was ich ihn schon gefunden hatte weiss ich nicht aber da bist du auf jeden Fall bei den Spanendorf und ja ich renne den jetzt mal lang hier ist dort Halpert ja dann auf jeden Fall Südwesten ich renne natürlich in Südost dem Steinweg nach ne Südwest 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 mhm super Killerbienen aber wie war das jetzt mit den Killerbienen die waren da jetzt irgendwie sowieso ne ja ja Südwest ist ja englisch mhm cool ja 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 ich versuche einfach mal ein Glück hier oi 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 was gibt's denn ja ich warst nur noch dunkelheit in der Glückloch oder in der Glückloch ja ja boden klingt sogar so manschig hier ist lustig ich bin jetzt gerade mal überlegen ich wollte doch gerade was aus der spinnenseite bauen ich weiß auch nicht mehr ein regenschirm oh ne quatsch ein ding ist ein vogelkäfig oder vogelfrinde irgend sowas tja irgendwie ist meine karte schon wieder falsch verwortet hier mit südwest na egal das stimmt glück gehabt es wurde gerade dunkel weil mein licht alle war oh und hmm nice oh ich bin jetzt auf der Wurm Willst du heute wieder weiter daddeln oder wie wollen wir es machen? Ich sollte nicht den Schnee sagen. Ich glaube, der Tag war heute sowieso schon wie sowas mit meinem Arsch, der kann schon mal weiter so. Was heißt denn für ein Arsch? Ja, mein Tag. Gut, aber ein bisschen mehr Zeiten vom Freitag schon machen können, weil ich hab ein bisschen auf meinen Balkon gegärtnert, war schon ganz okay, meine zwei Tomatenpflanzen umgetopft. Der gegärtnert hab ich heute auch, allerdings hab ich Rasen gemäht, war leider dran. Der Mist wächst grad wieder wie solche. Bei uns Gärtchen fliegt auf dem feinsten Bio-Müll, man merkt, dass es wär warmer wird. Ich hab ja so eine große Riesenente, was ist denn das für ein Vieh? Cool. Der, 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 wie heißt's, äh, der Moose-Koose. Der noch von den Bossen. Mach den noch platt. Mach den noch platt. Ach, ich hab ihn nichts. Ich hab den mal an dich verwiesen. Mach den. Was haben wir hier? Geier? Geier? Tatsache. Die greifen mich auch noch an. Herrlich. Die hatte ich auch noch nicht Geier hier, oder? Hm, das Gebiet ist gut. Da fliegen die Campbellweeds rum. Das mag ja sein hier, aber wo ist das fucking Lager, ist die Frage. Da geht's schon mal nicht weiter, okay. Ja, ich bin der da jetzt um mich hält. Ich kann versuchen, der entgegenzukommen. Das ist nicht Manny. Äh. Ist mir egal, ja. Ich, ich renne jetzt erstmal irgendwie quer in der Botanik herum. Man wird ja irgendwann mal ankommen. Ich bin aber jetzt voll im fetten Steingebiet, sehe ich gerade. Dass hier jetzt wieder an einem Meer endet. Ich muss jetzt noch bald mal was zu essen machen. Das ist das entscheidende Problem. Spiel live oder im Spiel? Nee, im Spiel natürlich. Ich habe doch vorhin es gesagt, meine, der Pfanne ist gerade angegangen. Deswegen. Noch ein Talbert, okay. Legt der sich eigentlich schon mit dem Boss an? So, das war die Frage ja. Eher nicht, hm. Ja. Ja, ist jetzt eh umgedreht. Von daher. Die Pfanne ist ja nicht ganz umgedreht. Oh. 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 Ähm. Ich drücke mal hier und baue mir ein. Ich möchte lösen und ein E-Kaufen. Bobwurst. Oh. Oh, ein Koala-Fan gefunden. Wie schön. Und. Bifalos gefunden. Da muss ich doch in der Nähe sein, oder? Hoffentlich. Geh mal nach Südosten. Ich bin doch schon dabei. Ja, die ganze Zeit nach Südosten. Ja, hier. Fallen. Ich glaube, ich bin da. Ja. Schieß doch mal ne Leuchttrakete ab. Ja. Feuer ist an, aber wird es nicht. Wo ist Feuer an? Nicht an? Nö. Oh. Dann muss ich gerade mal in der Nähe sein. Meine Leiche liegt allerdings hier rum. Na, wo ist's? Nimm doch mal den blöden Rucksack. Rucksack damit. Dropped. Ich habe mein Feuerzeug getropped. Ich könnte hellen. Hm? 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 Ja. Hm? ich habe leider gerade in den kleinen freie ich krieg nämlich meinen stein nicht mehr abgelegt ich kann alles ablegen nur nicht diesen doofen stein ich kriege gerade die hand nicht frei das ist lustig dass ich habe hier den heatstone den ich hier auf die leiste ablegen könnte jetzt haben wir erst mal putt angeboten aber wie gesagt konnte es nicht ich bin vollwürste und kann nichts mehr ablegen kann nur noch ablegen aber nicht das ding aus hand nehmen deswegen konnte er nicht mehr sammeln das ding das ist ja lustig was ist denn der doofen rucksack ja so schlecht ist es vielleicht komisch dass wir den klätschern lager haben wieso backpack komm hast du noch krass ja endlich habe ich mal einen rucksack wieder ich habe nur 17 krass wieso nicht alles gut aber nicht auf meine seite hinein hätte ich mich ach so ich habe das geleistet ich sammle das mal ein wenn ich brauche weil da kann ich es gleich verfolgen machen wir ja das geht so jetzt muss ich erst mal hier hast du was zu essen da ich bin ich kann mich überhunger und das ist nicht zu kassig ich sehe die spittenseite hast du gesammelt das war jetzt sehr intelligent von mir die grünen pilz so zu essen ganz toll da sieht es gut aus mit der sündheit zum glück habe ich kein feuerzeug einstecken kann hast du das zeug gefunden ah ich habe sie I have den Mist so ähm wo ist denn jetzt dieser fucking Fishing what hier ist er da da ist Umbrella jawohl ich habe ihn endlich das hat ja lange genug gedauert da brauchst du jetzt doch Gras oder ne ne ich dachte bloß ich hätte eins eingesammelt aber da hast du noch ein einzelnes weggeworfen was ich so alles weggeworfen habe ich habe übrigens auch ein paar Büsche hier unterwegs gesammelt das ist ja nicht ich bin dir wo hat es nicht aufgelärt ach so die lachen rum die waren ja so raus irgendwo aus den meteororen alles blau ja das ist jetzt hier Killerbienen oder was ist das hier hier oben ich bin denn im Frühling sind ja alle Bienen reifenseelig ja tolle Wurst ich glaube die greifen schon Chester an hätte ich so gesagt ja die greifen gerade Chester an ui und mich wahrscheinlich gleich auch ja 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 und die Kisten sind noch Waffen also macht nichts so ich habe das Ding ungeniedert im ersten mhm ich habe hier mal ein bisschen Buschzeug hingeschmissen wollte ich mal sagen wo kann man denn da ein Feuerzeug basteln eigentlich als Hauptpunkt gute Frage weißt du denn bei Waffen vielleicht ich guck mal bei Tools vielleicht da Razor, Hammer, Pickaxe die müsste das ja eigentlich so haben oder bei Feuer vielleicht bei Feuer nein doch bei Feuer ist es mit drin Willos Leiter also ich brauche Gold zweimal drei Blumen und ein Seil nicht Gold habe ich Blumen nicht Seil ich gehe mal zur Maschine und dann mal gleich hier die Ro-Boy bei Feuer die Ro-Boy bei Feuer bei Feuer bei Feuer bei Feuer von Feuer Die muss aber gerade erst gekommen sein hier. Das hätte die sich ja auch schon irgendwie mehr ausgebreitet. Red Flower. Flower und noch einen Flower brauche ich. Dann gibt es ja Flower Power da. Sehr schön. Also du kannst gerne mal einen Feuer nehmen, was da rumliegt. Ich habe mir jetzt selber eins gebastelt. Habe ich schon ohne Erlaubnis getan. So, ich habe euch kleine und kleine Zigarette im Löffel drauf. Da soll ich das jetzt mal nachholen. Wofür waren die Knochen jetzt eigentlich gut? Also da kann man ein Swing Kit draus basteln. Für diesen Gear Flux Hut hat die Knochen gebraucht. Dann wirken noch die ganze andere Kleinigkeiten. Ich weiß, es ist aber jetzt aus dem Hut irgendwie nicht mehr. Ich brauche mal hinten noch ein paar Knochen ab. Gut, da habe ich noch etwas verformen. Was hast du? Da kann ich doch noch Farmen hinbauen. Farmen? Warum? Ja, wegen Gemüse. Bei Knochen oder ist es da dunkel? Ja, aber da habe ich doch glücklich in der Nähe schon. Ja, da ist es ein Problem. Richtig, ja. Schade, meine Witze ist schon wieder fest. Ich kann jetzt den Regen spüren. Ey, ich kann sogar mit dem Regen schon zuschlagen. Das ist ja witzig. Wie eine alte Dane. Irgendwie die Leute aufrübeln. Ja. Die Killer-Grannies hier. Wir, was hier bei Monty Python mal. Ah ja. Gangswater-Ladies. Genau, irgendwo war das da ja. Ich schmeiß mal wieder ein bisschen Zeug rum hier. So, gucke ich mal auf der Karte. Ah, da ist es. Ich glaube, ich habe es auch noch mal auf dem Weg. Und wenn man auf dem Weg kommt, ist es auch schon noch knapp. Ja. Nee. Ach, hier ist es. Die Geier sind eingemalt. Der Tierkopf. Aber dieses komische Vieh hier, das große Vieh, ist ja gar nicht auf der Karte verzeichnet. Das könnte sein, dass auch die Skor und ich weiß nicht, ob sich da so ein Nest verrückt. Das sah fast so aus. Das ist also nicht mal zu weit weg von uns. Nein, nur so zu info. Nicht, dass der dann wieder irgendwann eines schönen Tages hier überraschenderweise dasteht und schwer atmet. Das ist schon eine Mini-Karte ausgebildet. Ah, jetzt komme ich tatsächlich in die große Karte rein. Das ist sehr lustig. Ah ja. Ich muss mir ja noch in der Kiste verbrennen, nach der Überbrücken. Boah, momentan hier liegt eine Holzkohle. Wo muss ich denn hin? Ja, sehe ich gerade nicht. Ja, und? Boah, ich... Ich folge gerade mal Spur, deswegen... Okay. Das ist Kohle. Gras. Böde Bienen. Ein bisschen Karte aufdecken. Ja, das mache ich zudem noch mit. Ah ja. Okay. Ja, das war's. Sollte es so bloß wieder ein Koi-Alafant wären? Ja, du kannst dir gleich noch mal zu dem Rindring treiben, den hab ich bei dem Bivele das mal abgestellt. Mist, ich hab meinen Hammer vergessen. Ich kann mich jetzt gleich noch mal rüber mitbringen. Ach, die doofen Hunde kommen hier. Doch. Koi-Alafant natürlich, wie hätt' so anders sein sollen. Ach, die doofen Hunde. Volle blöd. Schweine da drauf. Auch nicht schlecht. Schweine da drauf mit... äh äh ja... Weerschwein und lustige Hundi. Wo bist du? So, bei mir sind sie bis jetzt noch nicht. Äh, was sind denn so komische Killerküppen hier? Hilf, äh, dieser komische Typ, er hat hier ja lauter Killerküppen. Sie sind gar nicht. Die fressen ja alles weg. Die sind nicht allzu weit weg vom Lagern, was das ist denn vorher. Also ich hab' nur zwei Hunde diesmal. Ach, die schlüpfen hier aus diesen komischen Dingern. Ach so, die sind das also. Was machen diese Viecher? Sind dann bestimmt wieder übelst, übelst aggro, ja? Ich muss gleich auch mal angucken. Ist, ähm, ja, westlich, so wenig südwestlich vom, äh, von dem Wurmloch beim Koalafanten biefelos. Dabei ist der Übergang zwischen Grasland und, äh, und Steppenland, ja. Ja. Da stehe ich, äh, rum. Und frage mich, soll ich zuschlagen oder nicht? Eher nicht, ähm. Ne, lass mal nicht vor. Oh, so, warum weißt du das zu? Es wird schon wieder dunkel. Ach, dann sterbe ich bloß. Ich bin eh gerade am verhungern. Scheiße. Ich geh' mal wieder zurück. Ich muss unbedingt was essen und... Ja, ist wirklich nicht allzu weit weg vom Lager hier. Ist jetzt schon dunkel, herrlich. Klingt jetzt nicht gut. Kein Feuer. Kein Feuerzeug mit, der Herr. Nee, das ist nicht so schön Platz, wenn du ein Tor hast. Guck mal. Ach so. Seine Kiste voll kann man schon haben. So. Ich ernte mal das Essen ab. Und esse es auch noch. Ist das nicht furchtbar? Jetzt kommen ja noch Blöde. So. Unser Fleisch vergammelt übrigens. Aber ich warte noch, bis das Ende getrocknet ist. Dann häng ich das noch schnell auf. Der Ball zu weit sein. Ich koche mal wieder ein bisschen Suppe halt. Ich hab natürlich die Möhren schon wieder vorbeigeschmissen. Hast du die gefunden? Ich bin hier drinnen. So. Wieso hab ich ihn jetzt nicht aufgenommen? Kannst gleich, äh, probier das mal. Halt mal Schiff. Ja, stimmt. Mit dem Kontrolles zu sein bin ich wieder. Ja. Wegenweil. Ich muss halt immer noch mit der Kreuztaste arbeiten. Daran scheitert's dann immer. Drei Kreuztaste. Links, rechts. B ist kochen. So. Ich hab's nämlich wieder grad aus der Hand geworfen. Wieder mal auf Drop gekommen. Um. Nur nur rum. Was? Jetzt weiß ich das mal was. Magat nur nur rum. Weiß ich nicht. Wieso? Wie kommst du da drauf? Machst du dir gleich ein Beladen? Ja, ich will das hier mal. Möcht mir das hier auch mal angucken. Achso. Na warte. Ich koch mal schnell was. Was? Sollts das reinpacken? Und mir nicht sagen, dass das alles... Wätschen wäre. Ist weggetausch. Soll ich dir zeigen oder wirst du das finden? Ja, da geh ich halt mal los. Ich komm gleich nach, wenn mein Futter fertig ist. Alter, das verrottet ja übelst schnell hier. Wo willst du hin? Falsche Rüstung. Da, nochmal was essen. Da sind wir wohl in die Verpeilung gegangen. Mal gucken, wie's aussieht hier. Fallen. Schade, dass man die nicht in die Fallen locken kann. Das wäre jetzt wieder mal cool. Also, wir rennen immer noch rum hier, diese komischen Killer-Küken hier. Da, ah ja. Siehst du's? Ja. Wenn du jetzt weiter gehst, dann ist hier irgendwo der Große. Das war er gerade hier. So, das ist ein Bentejoch. Ich hab' schon bespacht, was das geäst ist. Ja, ja, genau das geäst ist das geäst. Oh, das ist doch schön. Ja. Ja. Hier ist der hier. Du bist aber irgendwo in den Sinn oder in der Nähe drin, ne? Ich bin denn gar nicht mehr den Großen hier. Der wird doch schon wechseln. Ja, sieht so aus. Die Spawn doch irgendwann wiederum. Na gucken, ob er die angreift, ja. Nee, mach doch nicht. Greift nicht an der Arsch. Doch, jetzt, oder? Greift das an? Ich krieg den auch nicht angegriffen. Was? Ja, ganz schön vieler. Ja. Ich soll mit ihm kloppen. Nee, ich hab nur gerade jetzt einen Kommissioniert. Hier oben ist noch ein Nest. Volken kann ich nicht. Wo? Ach, das ist aber auch schon aufgeplatzt. Greifen die eigentlich einen von alleine an, oder? Das sieht gerade nicht. Ich will sagen, ich wollte es halt nicht ausprobieren. Und? 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 Ich weiß, wie am V-Mann. Oh, Mann. Hast du hier einen Koalervanten gejagt, weil hier kacke liegt? Nö. Da ist er irgendwo eh noch. Nee, hier ist noch kein kleines Bibel. Ich hoffe, wir haben den Koalervanten. Dann bist du ja in der Nähe, sozusagen. Die Büferlos scheinen da wieder da zu sein, oder? Wie sehe ich's? Ah, da ist der Koalervant, ja. Wer ist das denn hier? Ein Koalervant mit Helm. Nee. Nee, schreib mir jetzt aber jemand was in den Chat. Ähm, äh, lustigen, äh, englisch-deutsch mich mach. Jetzt. Dann schreib ihm doch mal was zurück. Nee, schreiben kann ich jetzt nicht, weil, äh, nur das davor. Ja, ist ein Problem, ja. Ich glaub da... Ich glaub da... Ich hab das überhaupt gesehen hab, weil mein Fernseher da hat. Ich lass uns jetzt gerade mein Fernseher, als es wird den Bildschirm laufen. Mhm. Das ist bisschen behelfsmäßig. Na, da, äh, Kronk und die anderen haben's glaub ich irgendwie in... Ich weiß gar nicht, haben die das in irgendeinem... Beim... Obstfohn mitlaufen, oder sowas. Äh. Da hab ich auch schon überlegt, ob ich das mach, aber da hab ich schon... Und ich wusste schon nicht, ob ich meinen eigenen Deutschs will in Ordner. Ich wollte das jetzt eigentlich hier... Store? Da ist Store. Hast du mir jetzt gerade dieses hier, äh, Schweinehau-Zeug? Was will ich denn damit? Jetzt muss mich in den Taunler erträgen. Mein Helm ist zwar fast kaputt, aber allzu lange werd ich eh nicht mehr da drin her. Seh ich gerade. Hm. Mein Bett ruft der mich irgendwie schon. Boah. Hm. Können wir auch noch mal ne Pause machen. Vielleicht noch nen Dota-Mensch machen. Also wovon so... Ja. Äh, angenehm. Kannst du mal bei... Touch an, äh, äh, machen. Dann läuft's meistens scheiße. Mhm. Scheiße, ich dreh... Ja, das war schon ein Treff. Drei gegen fünf. Und einfach mal alle weggewaffelt. War halt wirklich erst das Spiel gegen menschliche Mitspieler. Vorher nur gegen Bots. Naja. Ja. Bevor ich hier ganz abdrehe und wieder alles anzünde oder sowas. Da sind wir ohne einen Blitz dabei gebauen. Oh Gott. Hm. Ich weiß schon nicht wieviel Gold noch da ist. Ähm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ne, hier war's Mauritius. Ich würde trotzdem gerne mal gucken, wenn man diese Hühner da umbescht, was passiert. Aber wahrscheinlich bin ich dann wieder tot oder so. Ich würde noch ein Lightning-Bot. Red Ball ist es nur eines zu was kann... ... 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